Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der ÜEi-Kanal und heute habe ich keine Überraschungseier, nein, heute habe ich vier Cupcakes, vier Muffins und ich habe mich entschlossen, heute mal diese Muffins zu öffnen, weil ich Hunger eben auf Muffins habe und vor allem fand ich diese bunten Süßigkeiten total interessant, diese M&M-artigen Candy. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen und ich möchte es probieren und yeah, ich glaube schon allein vom Anschauen werde ich hungrig. Ich weiß nicht, mögt ihr auch Muffins? Schreibt es mir mal in die Kommentare, findet ihr das sieht lecker aus oder findet ihr, das ist nicht so euer Fall? Aber wir schauen uns das Ganze jetzt mal etwas genauer an. Es ist auf jeden Fall total süß, deswegen schneiden wir das einfach mal halb und ja, keine Füllung drinnen, aber total fluffiger Teig. Hat euch das Video gefallen? Dann vergesst nicht den ÜEi-Kanal zu abonnieren, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir wieder gemeinsam Überraschungseier und Blindwechs auspacken.